Sie sind hier, vergrößern, verkleinern Real Madrid kassierte gegen Valencia die erste Niederlage seit der Rückkehr von Zinedine Zidane Urheberrecht Getty Images Real Madrid muss in der Liga den nächsten Rückschlag hinnehmen. Gegen Valencia kassieren die Königlichen die erste Niederlage seit der Rückkehr von Zidane. Gegen Valencia kassieren die erste Niederlage seit der Rückkehr von Zinedine Zidane. Gegen Valencia kassieren die erste Niederlage seit der Rückkehr von Zinedine Zidane.